Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Donnerstag, den 14. Oktober. Gut, wir beginnen mit dem normalen Tagesschart im Lachs, wir konnten am Vortag bis 15.302 Punkte ansteigen und damit den 10er EMA bei 15.219 Punkten deutlich überbieten. Wir sind letztendlich bei 15.249 Punkten aus dem Handel gegangen und notieren vorbesslich am heutigen frühen Donnerstagmorgen im Bereich von 15.280 Punkten erneut höher und solange wir uns hier nun über dem 10er EMA aufhalten, ist damit ein weiterer Hochlauf zu rechnen zur oberen Trendkanalbegrenzung und zum 50er EMA bei 15.470 Punkten. Fallen wir wieder unter den 10er EMA zurück, dann wäre ein erneuter Rücklauf zu erwarten zum 200er EMA und erst bei einem nachhaltigen Durchbruch unter den 200er EMA würde sich die Lage für den Lachs dann langfristig eintrüben und wir würden dann zunächst die untere Trendkanalbegrenzung des fallenden Trendkanals anlaufen. Gut, wir machen dann weiter mit den Markierungslinien vom Vortag. Wir hatten am Vortag den Short-Bereich zwischen 15.200 und 15.250 Punkten gehabt und den Long-Bereich zwischen 14.59 und 15.000 Punkten hier am 200er EMA. Der Short-Bereich wurde am Vortag erreicht und wir sind dann hier noch etwas drüber angestiegen mit dem Tageshoch dann bei 15.302 Punkten. Wie gesagt, vorbesslich notieren wir wieder etwas tiefer bei 15.280, 15.270 Punkten ungefähr und es bleibt dann abzuwarten, ob wir hier einen nachhaltigen Durchbruch über den 10er EMA schaffen im DAX oder ob wir in diesem Bereich wieder nach unten abdrehen und dann erneut eine Abwärtsbewegung Richtung 200er EMA und Long-Bereich zwischen 14.59 und 15.000 Punkten starten. Gut, und für den heutigen Donnerstag befindet sich dann der Short-Bereich zwischen 15.400 und 15.450 Punkten, hier etwas unter dem 50er EMA. Da muss man dann abwarten, ob wir dann im regulären Handel nach 9 Uhr uns über dem 10er EMA halten können und weiter ansteigen können, dann wären eben die nächsten Short-Positionen erst in diesem Bereich möglich. Fallen wir aber wieder direkt unter den 10er EMA, dann wäre der Short-Bereich vom Vortag gut aufgegangen und wir würden dann höchstwahrscheinlich wieder Kurs nehmen hier auf den genannten Long-Bereich zwischen 15.000 und 14.950 Punkten am 200er EMA, der auch für den heutigen Donnerstag dann zunächst unverändert bleibt. Gut, und damit wären wir dann mit dem ING Markets Morning Call für den heutigen Donnerstag schon wieder durch. Ich melde mich dann wieder am morgigen Freitag mit dem ING Markets Morning Call und wünsche Ihnen noch für heute viel Erfolg im Trading.